So, herzlich willkommen bei der nächsten Folge Borderlands Pre-Sequel! Ja, haben wir hier Leute! Ja, wir haben heute Frühjahr morgen, wir haben nämlich 20 vor 3, also... Ja, guten Morgen! Guten Morgen! Ja genau, Webwood, Sander, Wallfinger ist auch wieder da. Was? Die ganzen Spacken und wir müssen jetzt irgendwo hin. Was ist das? Was? Sollt ihr mal auch nicht hier Leute? Ah, hier geht mein Schaden, Alter! Nicht da reingehen! Nicht da reingehen! Wo soll ich reingehen? Nee, irgendwo reingehen! Achso, warum nicht? Doch, du kannst dich da reinstellen! Oh, oh, ich bin schon wieder beschossen! Mach auf damit! Och Leute, ey, ohne Scheid soll ich nicht mal ehrlich was sagen! Ich finde Borderlands ja echt geil, aber diese Fuck-Viecher regen mich sehr auf, ne? Fuck-Viecher! Die sind einfach so was von ätzend! Ich kann einfach nicht verstehen, wie Produzenten von Spielen so ne Scheiße programmieren können! Warum machen die sowas? Boah! End! Ich bin hier ein! Warte, seid ihr alle schon weiter oder was? Ne, ich warte auf dich! Ich kämpfe immer noch von hier oben runter! Ach schön, dass ihr von hier oben kämpft! Ja, ich spring da nicht runter! Ich hab keine Munition! Ich bin jetzt hier rüber gesprungen! Scheißegal, Junge! Wer ist da tot? Wer ist da tot? Schau! Oh nein! Warte, warte, schlägt gleich wieder! Ok, sehr gut! Jetzt kommt er hier wieder an, ey! Ja, kein Stress! Ah ne, da unten will ich nicht jetzt hin! Könnt ihr den mal töten? Da hauen die sowas ab! Ey, die müssen wir so wieder da hoch! Ja, wir müssen irgendwie da hoch! Ich weiß nicht, wie wir da hochkommen! Oh, und da kommt dann der Nix wieder angeschissen! Ey, boah! Wirklich sehr süß bei dem Spiel gerade! Kommt man hier irgendwie hoch? Ja, ich glaube, wir müssen nochmal zurückkommen! Ist es sicher? Stimmt nicht wie hoch, Mensch! Irgendwo muss man noch hier hochkommen! Wir müssen ja hier hin! Ah, lass mal hier auf den Start springen! Und von hier! Ne, ehrlich? Ja, irgendwas habe ich von hinten geschubst! Aber hier konnte ich nicht springen! Ah! Eigentlich wollte ich rüber springen! Eigentlich... Eigentlich findest du es doch ganz geil! Komm, Kampfschaft! Das ist doch genau dein Humor! Was ist los? Ja, jetzt tu das so, als würde er darüber nicht lachen! Aber außerhalb von der Aufnahme redet er nur darüber! Ja, ohne Scheiß! Wie kommen wir irgendwie jetzt da hin? Wunschdenken doch, Mann! Warte mal! Ich guck mal ganz kurz! Vielleicht sehen hier oben so eine... ...Sprungschanze oder so! Sieht ein bisschen danach aus! Ich hab ja hier... Mann, ey! Sprungschanze ist das? Ja, ich weiß nicht! Hier muss man irgendwie... Ich hab unser Ziel gar nicht vor Augen gerade... Oh! Du hast den Gegner am Arsch! Ey, also wir müssen jetzt zu dieser Station da rüber! Oder müssen wir außen rum? Alter, willst du mich verarschen? Junge, was ist los mit dir? Hallo, Wunde! Ja, okay! Ihr lauft alle da hinten lang! Also lauf ich da auch mal lang! Auf einfach! So! Also ihr merkt heute schon ein bisschen ruhiger, konzentrierter! Total! Wir haben uns vorher abgesprochen und haben gesagt, wir wollen heute mal ein bisschen konzentrierter an die Sache dran gehen! Ja! Damit wir mal ein bisschen den Programmer hier raushängen lassen! Echt! Deine Tante hat uns angerufen und hat gesagt, wir sollen uns ein bisschen zurückhalten! Ja! Ja! Manuel Neuer hat angerufen! Ja! Mal in diese Witzreihe einzusteigen! Ey! Ohne Scheiße! Jedes Mal wenn ich auf Facebook irgendwas lese, dann immer Manuel Neuer! Schlimm! Ich bin grad voll ruhig, ist mir irgendwie leid! Ja, Kraps! Kraps hat heut Nacht mit Manuel Neuer geschlafen. Ja! Buh! Guck mal, jetzt tut Kampfschat schon wieder so, als würde er das! Hast du grad jetzt den Kampfschot gesagt, sag mal? Ja, Kampfschot hab ich gesagt! Kampfschot findet das schon wieder nicht lustig! So eine Scheiße! Weißt du, den ganzen Tag auf UGIS unterwegs, aber dann sowas scheitert, ey. Der versucht, die mal zum Fenster zu reißen, weißt du so. Wenn ihr wisstet, was der jetzt von dem TS gepostet hat, aber auf Abruf, ne? Da redest du über irgendwas und schon kommt ein Ding von dir mit einem Bild dazu, ey. Ich will jetzt nicht weiter ins Detail eingehen. Komm, Sean. Ich bin tot! Wer ist denn da? Was ist denn da los mit dem Sonder? Ey, Mensch, ey. Alter, dieser Klöpstab ist so ein bei einem Raschenlappen, ey. Echt ohne Scheiß, wer ist Klöpstab? Ja, echt. Was ist das für Irre, die Irre hier? Ey, Jungs, sie schießen ja auch nur auf mich. Ja, natürlich, du bist ja auch der schwingende Tisch, man. Unhöflich, das ist unser Haus! Was ist mit dem los, ey? Kann man die denn gar nicht treffen? Doch, aber der spackt hier voll ab. Krass, was ist los mit dem? Was ist los mit dem? Oh, 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 der geht gleich richtig ab, Leute. Ohne Scheiß. Deswegen bin ich noch nicht bei euch. Ich bin tot. Sehr gut. Was machst du denn schon wieder, Mensch? Oh, Anfänger. Diese Laserstrahlen da oben, die Rassen schieß ich raus. Ja, dann schieß sie doch kaputt. Ja, schieß sie doch kaputt. Ich schieß dich gleich mal kaputt, wenn du so weiter machst. Willst du dich mal ein bisschen? Laserstrahlen. Ich lieg hier vorne. Ja, da liegst du gut. Wieso kann ich dich nie wieder überleben? Ja, sehr gut. Weil der immer wieder Schaden bekommt, deswegen. Linker is down. Krabsi, leveled up. Oh nein. Oh, der ist auch am Arsch. Jawoll, jetzt hab ich ihn. Stemmt die Eingangstür auf und killt ihr, Jungs. Oh, oh. Haukspern. Hier geht's richtig ab, hier geht's richtig ab. Oh shit. Alter, 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 alter. Der kann einen F. Boah, nächstes Level, ich bin Level 9. Super, jetzt hab ich trapsen. Oh, der ist wieder am Updancen hier. Der hat die Party gestartet. Der tanzt hier wohl wie ein Wahnsinn. Ich geh mal hier rein. Ey, alter, ist das denn hier? Es ist ja wie Weihnachten. Hier ist O2, O2. O2 can do. Haha, Schleichwerbung. Voll die krasse Werbung, ey. Ja, ist auch so. So. Nix hier, ey. Da brauchen wir wieder Muni. Ich komm nicht klar, ey. Was ist das hier? Ist das ein Knast oder sowas? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist ein bisschen Gegner zum Töten. Weißt du, was komisch ist? Clubtrap ist einfach ein Roboter und der wackelt so rum, als würde der einfach atmen. Ist das genau geil? Alter. In den letzten Minuten sitzt wie in Null. Ich hab jemand geklappt-trappt. Ja, steht da. rastet aus, da oben rastet er aus. Geil, Alter. Was ist passiert? Weiß ich nicht. Bei mir fliegen Unicorns. Ja, was? Alter, wer schießt da? Ich nicht. Der Typ da oben. Geht mit dem ab, ey. Wow, wow, wow. Hier hinten sind richtig viele, ne? Ja, wir merken es. Guck mal, ne andere Waffe. Guck mal zu Ralf hier. Du das nicht, tu es nicht, tu es nicht. Ja, ich bau auf jeden Fall ne andere Waffe hier. Das ist echt das Beste. Waffenkiste. Meine Waffe. Geht er, geht er klar hier? Oh, ich glaube auf uns wird geschossen. Äh, die Kälte, ja. Wow, die Waffe. Ich bin vergiftet. Ich glaube ich sterbe gleich. Aber da schießt sowieso keiner hin. Ja, ich bin dran. Komm zu dir. Boah. Komm rein, komm rein. Waffe ist richtig scheiße, die ich hier hab. Wo ist der Gegner? Boah. Boah. Ey, ohne Scheiß, die Waffe, die ich einfach hab, ist richtig kacke. Ich muss mal ganz kurz eben skillen. Ja, wir müssen wirklich aufpassen. Hint jetzt ne Drohne kurz. Hast du die gerade zu dir? Ich weiß, das ist meine. Wusste ich grad nicht. Ihr heilt mich. Alter, kommt was dickes. Oh, ein Outdoor-Battle. Ich bin einfach mal wieder hier nochmal. Töte den Spacken. Ich bin dabei. Ey, was geht mit dem ab? Wow, wow, wow. Soll ich mal meinen Granatenwerfer raus holen? Ich hole meinen Granatenwerfer raus. Alter, was war das? Nein, oder? War das jetzt richtig? Jo. Schmeiß noch genauer als Kerl. Ach, ich bin tot. Scheiße, Mann. Ja, der ist gerade platt. Der ist gerade platt. Alter, jetzt bin ich auch tot. Alter. Geht mit dem ab. Rennt auf mich zu. Mach dir eben keine Muni mehr. Läuft. Komm, scheiße, ich hab auch keine Muni mehr. Nein. Ich hab auch keine Muni mehr. Ich hab ihn, hab ich mehr geholt. Also, the Craps was nice. Dankeschön. Bin ich jetzt? Oh, die starren Qualle. Das kriegt Krebs. Haha. Ich hab keine Gezimmer für die Waffe. Ja, ich hab noch sieben Schuss in der Pump. Ja, ich glaub, ich bin am Ziel. Ich hab auch noch richtig viele Waffen mit, von daher geht das klar. Nein, ich hab gar keine Muni mehr, lol. Aber besser ist gar nix, ne? Die muss man wirklich, also früher war das immer so bei den alten Borderlands Teilen, konntest du wirklich ohne Probleme erst Muni zu haben ohne Ende. Ne, das ist ganz schön knapp, das kannst du bemessen. Ne, doch nicht abziehlich. Oh, scheiße. Du warst dann immer das Leute, die immer deine Munition weggenommen haben, obwohl die die gar nicht im Bauch überwaffen sind. Ja. Ähm, habt ihr auch schon Granaten-Mods benutzt? Weil ich hab gerade einen gefunden. Ja, meine Ersten. Ey, ich hab für nichts mehr Munition was? Doch, hol. Sticky Throw, Flaming Grenade. Das geht gut, Mann. Die will ich. Macht zwar keinen Scheiß, aber... Wer liegt denn hier? Ne, 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 muss ich jetzt wechseln. Bin unterwegs. Was müssen wir jetzt hier überhaupt machen? Hahaha. Ne, ich finde die Signalquelle steht. Ne, warte mal, hier hoch. Das ist hier oben irgendwo. Oh, ist das. Da legt mich am Arsch. Seht ihr das? Ach, ich muss auch noch was gillen. Oh, Mensch. Ich will jetzt benutzen. Jetzt glaub ich noch ne Waffenkiste. Jo, Waffenkiste. Ich hab mir echt geforscht. Komme. Boah, Alter, der hat sich angehört zu Krabs gerade. Oh, Sniper. Sniper ist gut. Das ist total falsch. Mit seiner... Oh, die ist besser. Pass auf, ne Stimme. Bin voll. Was hat Steffi vor kurzem gesagt? Barbecue Stimme hat Krabs, genau. Ja. Ne Barbie Stimme. Was heißt? Ne Barbie Stimme, Alter. Nein. Barbecue. Fuck Sniper. Hab ich natürlich jetzt nicht verstanden. Ja, gar nicht wahr sein. Rauchig. Oh, was hab ich dann gefunden? Oh, ey. Wer hat die Sniper? Wer hat die Sniper? Ich will den nicht aufmachen. 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 Ich hab die genommen, weil deine Klasse eigentlich für Colts ausgelegt ist. Ey, Redfinger, du bist ein richtiger Geiler. Ja, ich brauch's. Ja, 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 ja. Alles weiter, weiter, weiter. Er gönnt sich die ganzen Scheine hier. Logo. Hier ist für dich noch gekommen. Es wird ja aufgeteilt von daher. Oh, ich werde beschossen. Ich werde beschossen. Dann nehme ich das Ding halt mit. Ja, da hinten geht's richtig ab. Haben wir eine Granate geschmissen. Da gibt's ein bisschen Action. Oh, dann halt das Ding. Alter, du warst so ein Streufer in meiner Fahrt hier. Tauschen. Wow. Im Ding. Äh? Auf jeden Fall. Ja, geil, Alter. Das sah richtig geil aus. Das sah geil, Alter. Auf den Tank geschossen, hast du den Typ vor der Karte durch die Gegend geflogen. Oh, nice. So. Alter, diese Physik hier draußen ist immer ausgegangen. Fast am Arsch. Hä? Hä? Seid du? Da. Hier geht mir ja klar. Hä? Oh, da wird noch geschossen. Da wird geschossen. Da wird geschossen. Dann töten sie doch. Ich geb mir Mühe. Ich hab'n Mondstein gefunden. Geil, Alter. Und dann kann ich mir zum Reinschlug. Sailor Moon. Nein, Mondstein. Kannst du das nicht von Pokémon? Nee, von Sailor Moon. Mondstein, flieg und sing. Alter, weißt du? Die coolen Jungs haben Pokémon gekuckt. Kannst du da beim Sailor Moon? Ja, genau. Oh, Mann. Ey, nix geht. Sailor Moon. Ach du Scheiße, Leute. Ah, hier ist voll die Action bei mir. Oh Mann, ey. Sailor Moon ist cool. Ich brenne. Alter, ist mir so fettes. Oh, Badass, 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 Badass. Direkt von mir. Was? Tod, ich sag dir Tod. Wow, 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 wow. Der gibt mir auch nicht auf den Sack, der Typ, ey. Help, 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 help. Ich muss hier weg. Nochmal Marsch. Alter, ist das fettes Vieh, ey. Scheiße, Alter. Wo sie gleich gar nicht kurz treffen würde. Ich hab nichts von sterben gesagt. Komm Schaf, du es, du es. Ja, ich bin da dabei, Alter. Der hängt vor mir, von der Nase. Mach's gut bei mir. Ich will auf den Kopf ziehen. Ja, ich bin dabei. Ich versuch's zumindest. Oh, ich bin gleich im Sack. Der gibt mir auch nicht auf den Sack hier. Der gibt mir auch nicht auf den Sack. Komm schon, schon kritisch. Oh, shit, man. Kann mich einer bitte? Danke. Oh, zu spät. Aber jetzt hab ich Amokaudi oder was hier? Alter. Jetzt so einfach ne Minute nach dem Bossfight kommt er an. Wie soll ich dich nicht wiederbeleben? So geht's, so kann ich dich nicht wiederbeleben. Ich kann das nicht auffallen. Ich sterbe gleich. Ja, ich kann den nicht wiederbeleben, weil der die ganze Zeit ballert. Ah! Zander's Schuld. Alles ist Zander's Schuld. Alter, die Kohle krieg ich wieder. Mich freuen wir uns looten hier. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Egal, da sind noch Munition und so. Egal. Wieso nimmst du meine Pistole? So, hier ist Geld. Ralf, wo bist du jetzt? Bist du weit weg? Nee, nee, alles gut. Ah, dann hast du ja Glück gehabt. Haha. Yolo. So, hier sind ein paar Automaten. Oh, sehr gut. Munition kaufen. Ja, Mann, aber der Boss war ja diesmal ganz gut, ey. Da haben wir uns gar nicht so gut angestellt wie sonst immer. Nee. Bin ja nur ich gestorben aus Unfähigkeit von Zander. Ja. Ja, wie? Warum? Da kann ich ja nichts für, wenn du, wenn Kampfschaft die ganze Zeit schießt. Ja, natürlich. Angeblich sagst du mir jetzt, dass ich komplett voll bin mit Waffen. Also mit Munition. Ja, mir auch. So, jetzt erstmal hier. Sei gegrüßt. Sei gegrüßt. Oh, oh, da bin ich wieder. So, ich verkaufe jetzt erstmal die Waffe. Die Waffe, die Waffe, die Waffe, die Waffe. Ah, nein, 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 nein. Kann ich irgendwie Rückkauf machen? Da. Ja, oben. Uh. Ich hab ein kleines Schafschutz und mehr verkauft. Weg, das weg, das weg. Alles vertickert hier. Hast du Termin? Man kann nie zu schwer bewachtet sein. Gauf freundlich eine Waffe. Oh, hier gibt's schöne Knarre, ne? Hauptsache ich hab ein 153er Schild im Inventar und hab ein 155er an. Eine 13. Läuft. Kann ich das nicht kaufen? Ich bin wieder voll wahrscheinlich, ne? Kapitalismus! Du kannst stets auf die Waffe an deiner Seite vertrauen. Ah, ich verkaufe jetzt Sniper's, fertig. So, was haben wir hier? Das ist, glaub ich, Waffen, ne? Neulich, warum Munition? Nichts Gutes gefunden? Mein Waffenautomaten. Mein Waffenautomaten. Ja, vor allem nicht. Ey, was ist... Wie sehe ich nochmal, was ich hier für eine Waffe hab, ey? Wo kann ich das nochmal sehen? Das ist ein... Unten müsste das irgendwo stehen. Beim Rucksack eigentlich, oder? Ja, ja, genau. Achso. Ja, ein bisschen. Okay. Gut. Das Ding jetzt... Wieso? Ich hab... Ich hätte volle Munition. Das stimmt aber gar nicht. Du kannst die Schlotz ja noch ausbauen normalerweise. Ja. Aber ich weiß nicht mehr, wo das war. So, wir müssen jetzt weiter, ne? Oder wieviel Minuten haben wir denn schon, Leute? Genau, wollte ich gerade anmerken. Wir müssen ganz dringend... Ja. Alles klar. Nächste Mission. Genau. Ja komm, Reifinger, hau rein. Ich wollte sagen, nächste Mission heißt, du findest die Signalquelle. Dann hoffen wir doch mal, dass wir die Quelle finden. Vielen Dank fürs Reinschauen. Ich bin draußen. Mit dem Rest. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.